Ja, Netflix hat es wieder mal gemacht. Nach der Realverfilmung, die eigentlich relativ gut war, zu der Serie One Piece, gibt es nun auch das gleiche mit Avatar Herr der Vier Elemente oder Avatar The Last Airbender. Die Nickelodeon-Kinder-Zeichentrick-Animationsserie Avatar hat nun eine weitere reale Adaption bekommen und das ohne, dass da wirklich viele Leute nachgefragt haben. Mal wieder. Nach dem Misserfolg vom 2010 erschienenen Realverfilmungsfilm war dann die Erwartung zu hoch und vielleicht gerechtfertigt hoch, aber darauf gehe ich im Video jetzt ein. Wenn ihr also meine Meinung bzw. meine Kritikpunkte, was ich gut fand, was ich schlecht fand zu der Serie Avatar, der Herr der Elemente auf Netflix, Realverfilmung, wissen wollt, hören wollt, sehen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, was soll ich sagen? Erstmal kurz zu Avatar der Serie an für sich. Ich liebe diese Serie, ich habe sie als Kind geliebt, ich habe sie als Erwachsener geliebt, ich liebe sie immer noch. Und ich kann davon ausgehen, dass ich mir die Serie locker alle zwei Jahre mindestens einmal antue, weil ich sie einfach so unfassbar gut, unterhaltsam und, naja, eigentlich fast nahezu perfekt finde. Für die Leute, die die Serie nicht gesehen haben, was ist falsch mit euch? Guckt sie euch an, also wie kann man die Serie verpasst haben? Von dem gesagt, es ist eine Zeichentrick-Serie im Anime-Style. Es ist kein richtiger Anime, da es nicht in Japan, sondern aus den USA kommt, glaube ich, war es. Deswegen ist es kein offizieller Anime. Es wird aber von vielen Leuten auch einfach als Anime abgestempelt, weil es halt sehr viele Charakteristiken zeigt, mit dem Unterschied, es ist nicht aus Asien. Das jetzt erstmal vorab zur normalen Serie, das ist für mich eine 10 von 10 Serie. Ich kann sie mir immer wieder angucken, es ist immer lustig, einfach, einfach geil. Und ja, kommen wir jetzt zu der Realverfilmung. Wo die ersten Trailer kamen, dachte ich, okay, sieht nicht schlecht aus, sieht halt real aus. Man ist, man muss einfach sagen, es ist gewöhnungsbedürftig. Das CGI der Serie ist hier und da ein bisschen wack, aber größtenteils eigentlich schon in Ordnung. Man sieht nur, sie haben irgendwo an manchen Ecken mehr Geld reingesteckt und an manchen Ecken dafür halt weniger. Man sieht es schon sehr stark und es ist nicht schlimm, aber es ist auch dadurch nicht perfekt zu gucken. Die deutschen Synchrotstimmen sind teilweise 1 zu 1 besetzt worden. Und klar, man muss jetzt hier den Unterschied ziehen. Avatar, der Herr der Immunente, die Originalserie ist, ich weiß gar nicht von wann, 2006? So um den Dreh vielleicht? Und man muss sagen, klar, die Kinderstimmen, wie zum Beispiel von Arng, sind halt nicht mehr so kindlich. Und auch die Stimme zum Beispiel vom Synchronsprecher von Sokka, wenn es die gleiche ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre nicht die gleiche, wenn, dann ist sie sehr ähnlich. Gerade bei der ist es mir aufgefallen, die Synchronsprecher sind halt auch älter geworden, was ja auch erstmal vollkommen okay ist. An und für sich kann ich direkt sagen, von den Synchronsprechern und auch von den Schauspielern, die da vorkommen, ist die Leistung einfach super. Es ist keine krasse, heftige Leistung, aber es ist auch nicht so, dass ich sage, es ist komplett hingerotzt. Die Stimme, die ich am besten fand oder am nächsten an der Originalserie, war einfach die von Katara. Die hat sich gefühlt kein bisschen verändert. Aber mit den Stimmen steht und fällt jetzt auch nicht der Erfolg der Serie für viele Jahre, für mich nicht unbedingt. Es ist schon ein großes Kriterium, werden komplett neue Stimmen, wie zum Beispiel im 2010er Film. Ich glaube, da waren ziemlich viele Stimmen nicht original. Das hat jetzt, wie gesagt, nichts Großes ausgemacht. Es ist mir nur aufgefallen, aber wie gesagt, sonst schauspielerische Leistung, Synchronsprecherleistung, durchschnittlich gut. Jetzt nichts krasses, aber einfach ganz normale Netflix-Serien-Schauspielerei. Kommen wir mal zu den Dingen, wo ich sage, da hat die Serie, also die Realverfilmung, was Gutes gebracht. Und zwar ist es erstmal alles, was nicht im 2010er Film war. Für die Leute, die nicht wissen, was mit dem 2010er Film los ist, der ist einfach schlecht. Der wäre als Standalone, ohne die Vorlage von Avatar-Head-Elementen, wäre der Film an für sich gewiss gut gewesen. Aber sie haben da so viel Schlechtes gemacht und das Bändigen, holy shit, war das, es war eine Katastrophe. Für die Fans, für Hollywood wahrscheinlich noch mehr, aber den lassen wir auch einfach mal umgeschrieben als nicht existent im Raum. Nichtsdestotrotz, alles, was im 2010er Film vorkam und hier nicht vorkam, ist schon mal was Positives. Man muss sagen, die Serie ist optisch wirklich sehr nah an der Vorlage. Sowohl von den Kostümen her, als auch von den meisten Requisiten. Es ist wirklich ziemlich nah dran, auch hier und da das CGI. Wenn ich jetzt zum Beispiel das CGI von Abba oder von Momo sehe, es ist sehr, sehr nah dran. Wobei ich sagen muss, dass Momo im CGI wesentlich knuffiger aussieht. Aber das sei jetzt mal nichts Schlechtes. Aber wie gesagt, sie kommen grundlegend sehr, sehr nah an die Originalvorlagen dran. Zumindest, wie gesagt, rein optisch. Die Abläufe sind auch größtenteils sehr, sehr ähnlich. Vieles fällt aber auch leider weg, da komme ich gleich drauf zu. Aber das, was genau eins zu eins dargestellt wird, ob es Dialoge sind, ob es Szenen sind, ob es einfach, weiß ich nicht, Gesichtsausdrücke sind, so nach dem Motto. Es ist sehr viel, was wirklich perfekt umgesetzt wurde, wo einfach gesagt wurde, okay, wir halten uns hier einfach strikt an die Vorlage. Und das sieht auch einfach, es fühlt sich auch gut an. Das sind nur die Momente, wo du dann sitzt und sagst, jo, das ist eine gute Adaption. Kommen wir mal kurz zu den Charakteren. Da ist es so ein leichtes, kleines Hit or Miss. Manche Charaktere sehen super aus, manche Charaktere sehen absolut scheiß aus. Zu den Charakteren, die super umgesetzt wurden, zähle ich zum einen Jun, Suki, Ozai, Yui, Kiyoshi und Avatar Koruk. Das sind so die Leute, wo ich sage, da ist das Kostüm, die Schauspieler, also der, der Cast und die Umsetzung von allem einfach nahezu perfekt. Da ist für mich kein großer Unterschied. Und das sind auch die Charaktere, wo ich sage, als ich die gesehen habe, fand ich es einfach nur großartig. Ja, euch ist direkt jetzt wahrscheinlich schon aufgefallen, sowas wie Aang, Katara, Sokka und, und, und sind ja gar nicht da. Ja, das sind aber auch so welche, wo ich sagen muss, bis auf Sokka mal ausgeklammert, Aang ist gut besetzt. Aber ich finde nicht perfekt besetzt. Er ist aber auch nicht schlecht besetzt. Bei manchen Charakteren ist es so wirklich 50-50, es ist okay. Aber das hier, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, waren wirklich die, wo ich sage, okay, da hat man sie einfach aus der Zeichentrickserie rausgenommen und einfach real hingestellt, finde ich. Dann, was dazu kam, was ich persönlich an für sich nicht mal schlecht finde, teilweise schon, aber hauptsächlich gut, ist, dass es eine leicht veränderte Timeline war, beziehungsweise wir Einblicke von Dingen gesehen haben, die wir in der Serie nicht gesehen haben. Zum Beispiel der Angriff auf die Lufttempel, beziehungsweise der Lufttempel, wo halt Aang drin ist, ich weiß gerade nicht mehr, war es der östliche oder südliche, ne, südliche gibt es nicht, oder? Ich glaube, es war der östliche. Auch die Geisterwelt wird uns wesentlich detaillierter gezeigt und mehr gezeigt und auch das Verhältnis oder überhaupt die Charaktere Azula und Ozai, Feuerlord Ozai, die waren im ersten Buch, so wie damals die Staffeln halt in Avatar der Herde Elemente hießen, waren diese noch nicht vorhanden. Und die sind hier dazugekommen, dementsprechend auch sehr viel Story-Arc drumherum um Azula, um Ozai, was ich, wie gesagt, nicht unbedingt schlecht fand. Gerade der Angriff auf den Lufttempel von Feuerlord Zosin war einfach episch. Ich muss sagen, es war super gemacht. Die Feuerbändiger wirkten für mich jetzt nicht so overpowered, wie wir es nachher in der Serie, also im Anime, sag ich mal, sehen. Bei Zosins Kometen, nee, die waren so, ja, mehr oder weniger okay. Das Bending, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Die Geisterwelt war an sich auch mega cool gemacht. Da gibt es aber auch genauso viele schlechte Sachen wie positive Sachen, komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Aber jetzt, wir bleiben hier erstmal beim positiven Grundlegend. Finde ich geil, dass wir mehr davon sehen. Mehr vom Lufttempelangriff, überhaupt den Lufttempelangriff. Mehr von der Geisterwelt und wie gesagt auch mehr von Azula und Ozai. Weil das, was wir von den zwei sehen, schon sehr viel Vorlauf nimmt für das, was nachher noch in der zweiten und dritten Staffel, der Realverfilmung, wenn sie kommen, was da noch rauskommen wird. Und was ich persönlich ultra geil fand, weil es einfach in der Originalserie nicht angesprochen wird, ist die Nordpol-Fisch-Story, nenne ich es mal. Und zwar, Spoiler-Alert für die, die es nicht kennen, am Nordpol tötet die Feuernation den Geist des Mondes. Damit bleibt nur noch der Geist des Meeres übrig. Die zwei sind dargestellt als Käufische, die das Zeichen Ying und Yang darstellen. Und in der Originalserie sagt Ahn sowas wie, ja, nee, es ist noch nicht zu spät, geht ins Wasser, verwandelt sich in einen riesengroßen Käufisch und greift die Feuernation an und schlägt diese halt zurück. Das passiert auch in dieser Adaption mit einem großen Unterschied. Und den fand ich unfassbar wichtig und der erklärt einfach super viel. Und zwar, der Geist des Meeres war sauer. Er war einfach nur böse. Ahn hat nicht quasi seine Macht genommen, um die Feuernation zu besiegen. Nein, andersrum. Er hat sich seinen Avatar-Zustand dem Geist des Meeres hingegeben und dieser hat im Prinzip nur Ahns Macht genutzt, um halt dann Rache zu üben. Wo dann der Geist des Mondes wieder am Leben war, war der dann halt auch wieder besänftigt, ist wieder zurückgegangen und dann kennen wir, wie es weitergeht. Ich muss sagen, das war ein riesengroßer Punkt, den ich super, super geil fand. Weil ich persönlich mich immer gefragt habe, ja, Ahn hat in seinen, ich sag mal, Avatar-Zustand-Momenten meistens Ausraster. Aber das hier in dem Anime, sag ich mal, war nicht so dargestellt, als wäre es irgendwie logisch, dass Ahn so ausrastet. Und dann fragst du dich so, aber also gibt der Geist des Meeres eben die Kraft über das Wasser? Und jetzt ist halt zumindest laut der Serientimeline bestätigt, ob es jetzt offiziell so ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber zumindest zeigt es jetzt, dass im Prinzip der Geist des Meeres Angstkräfte nimmt, um Rache zu üben. Und er wäre weitergegangen und weitergegangen, bis dann halt der Geist des Mondes wieder lebendig war. Und das fand ich einen großen Punkt, der einfach irgendwie das Ganze echt wirklich nochmal ein bisschen tiefgründiger und epischer gemacht hat. Das waren so die guten Punkte, die ich daraus gekristallisiert habe. Und jetzt kommen wir mal zu den schlechten Punkten. Wobei ich schlecht in Klammern setzen würde, es sind einfach die Punkte, die ich nicht so gut fand, die eher negativ aufgefallen sind. Zumindest aus meiner Warte raus. Ich finde, wir haben hier eine ziemlich fast neue Story. Und ich meine jetzt nicht grundlegend, sondern in vielen Aspekten, in vielen Abläufen. Nur als Beispiel. Ahn lernt in der ersten Staffel sehr gut Wasserbändigen. Hat er hier in der Adaption nicht gemacht. Katara kann in der ersten Serie auch nur so halbwegs gutes Wasserbändigen. Mal mehr, mal weniger. Sie lernt es erst am Ende beim Nordpol. Hier in der Adaption konnte sie schon bändigen wie eine Meisterin, als sie das erste Mal auf Zuko getroffen sind. Wo wir dann auch bei Zuko wären, da zum Beispiel der erste Avatar-Zustandsausraster von Ahn, der existierte nicht. Es war nicht Ahn, der das Schiff irgendwie zum Halten gebracht hat. Nein, es war Katara mit Wasserbändigen und das mit viel Wasserbändigen. Es war irgendwie da von Anfang an in der ersten Folge schon einfach sehr, sehr weird. Ein großer Punkt, der hier geändert wurde, der einfach, finde ich, auch wirklich die Story beeinflusst und manche Leute fühlen sich wahrscheinlich jetzt hier getriggert, ist, dass Sokka nicht so sexistisch ist wie im Original. Und das wurde uns von Anfang an auch schon so gesagt. Sokkas Charakter wird nicht so sexistisch sein. Wo ich sage, klar, Sexismus ist nichts Positives, Negatives, Sexismus ist Kacke, keine Frage. Aber fuck, Sokkas Charakter ist überhaupt erst dahin gekommen, wo er am Ende war, weil er so ein Arschloch war. Und weil Suki ihm quasi gezeigt hat, hier, das ist nicht so die richtige Art. Es kommt wie oft vor, dass Katara Sokka in die Schranken weist und ihm sagt, hier, hör auf mich hier zu bevormunden. Ich kann für mich alleine sorgen, bis Sokkas Charakter an dem Punkt ist, wo er am Ende der Serie ist. Und das haben sie ihm hier komplett genommen. Sokkas Charakter ist scheiße. Und damit meine ich jetzt nicht den Schauspieler, der mir auch nicht hundertprozentig gefällt, aber das ist nun mal jetzt einmal dahingestellt. Nein, er hat keine Tiefe, er ist einfach da und versucht manchmal einen schlechten Witz zu reißen. Und Sokka war so der Typ, der immer gute und passende Momentwitze gerissen hat. Die waren zwar nie gut, aber die waren immer lustig. Wie gesagt, allein da der Ablauf, auch Aangs Charakter, ist so stark verändert worden. Und Aang war in der Hauptserie oder in der Originalserie ein lustiger, aufgedrehter Junge, weil er nun mal fucking zwölf Jahre alt ist. Das erste, was er zu Katara sagt, als er sie sieht, willst du mit mir Pinguinschlitten fahren? Wo war das Pinguinschlitten? Ich saß hier, hab mir die Serie reingeguckt und hab gesagt, die Serie steht und fällt. Mit Pinguinschlitten fahren, ja, so dementsprechend kann man das auch beeinflussen. Überhaupt, Aangs Abenteuerlust war nicht so da. Und auch das wurde schon offiziell vor Ankunft oder vor Antritt der Serie gesagt. Aangs Charakter wird ein wenig ernster sein. Er wird viel eher darauf fokussiert sein, alles zu bändigen, also das Bändigen zu meistern, der Avatar zu werden und den Krieg zu beenden. Und das ist doch gerade das, was einfach das Geile an der Serie ist. Dieser Spagat von Aang zwischen, ich bin ein zwölfjähriger Junge und will einfach nur Spaß haben und ich bin der Avatar. Ich bin hier der Friedensschlichter. Diesen Spagat gibt es hier nicht, weil Aang einfach hauptsächlich, nicht hundertprozentig, aber hauptsächlich darauf betucht ist, zu sagen, ich möchte hier für Recht und Ordnung sorgen und ich möchte nicht auf einem Onagi, a.k.a. einem riesen Fischmonster reiten. Wenn wir dann noch kurz auf das Bändigen mal eingehen. Das Bändigen sieht an und für sich gut aus. Ich finde, das Feuerbändigen hat irgendwas, was es wieder ein bisschen lamer macht. Luftbändigen ist ganz okay, warum Aang auch immer fliegen kann. Aber viele sagen, er gleitet ja nur am Anfang, also in den ersten paar Szenen. Wasserbändigen sieht super aus und Erdbändigen, finde ich, sieht auch an sich geil aus. Aber sie haben hier das Gleiche gemacht, wie sie im 2010er Film falsch gemacht haben. Sie lassen das alles so unfassbar schwer aussehen. Also ja, Erdbändiger grunzen und brüllen. Beim Bändigen immer, weil sie heben mal Steine an. Aber hier wird es wieder so dargestellt, als würden sie für so einen kleinen Brocken alles aufpowern. Sie reißen den Boden auf und das ist mit einer Kraft auf Wand und das sieht einfach nicht gut aus. Ein Erdbändiger soll für mich wie Toff bumm, bumm, Stein fliegt, fertig, ohne einen Schweiß zu verdrücken. Wie gesagt, das Bändigen ist okay. Es ist besser als im 2010er Film, definitiv. Aber es fehlt irgendwie dieses gewisse Etwas. Und ich glaube, das, was hier das gewisse Etwas ist, ist einfach, dass es real ist. Es ist nicht so gut umsetzbar wie in einer Zeichentrick-Animationsserie. Da kann man mit Feuer machen, was man will und muss sich hier auf CGI beruhen, um dann zu hoffen, dass man genug Budget hat, um das CGI auch noch gut aussehen zu lassen. Denn manches CGI sieht einfach nicht gut aus. Und das kommt auch hier und da beim Bändigen raus. Ich finde gerade Feuerbändigen sieht schwach aus. Es sieht einfach aus, als wäre da nichts, was böse ist, sondern so, oh, hier kommt eine Flamme aus meinen Händen, wirklich. Es ist ein bisschen mau, sagen wir es mal so. Ein Riesenpunkt, der auch weiterhin sich darauf bezieht, dass sie die Timeline einfach mal ein bisschen umgeschrieben haben, ist auch die Geschichte um Hey Bye. Die geile Story um Hey Bye, um Aang das erste Mal in der Geisterwelt, haben sie komplett auf den Kopf gestellt. Sie haben da eine Mischung aus Hey Bye Story gemacht, Avataroku Sonnenwenden Story und irgendwie auch ein Teil von der Sumpf-Story. Weil nicht nur Sokka ist in der Geisterwelt gefangen, nein, Aang hat irgendwie geschafft, Katara und Sokka in die Geisterwelt zu packen. Und die laufen da auch einfach so rum. Sokka trifft schon auf Yui in Form eines Fuchses, weil das kann sie übrigens als quasi mit dem Geistesmondes getauften. Girl kann sie einfach beim Träumen in die Geisterwelt rein. Warum? Ich weiß es auch nicht so genau. Und auch Katara läuft da einfach durch die Geisterwelt. Ach ja, sie finden auch Wan-Chi Tong, den der 10.000 Dinge weiß. Und das ist nicht in der Wüste, in seiner Bibliothek passiert. Nein, es ist in der Geisterwelt. Ja, ich verstehe natürlich, die Budgetgrenzen sind wahrscheinlich hoch gewesen oder niedrig gewesen. Und ja, sie konnten nicht alles machen, was man in die Story packen sollte oder was einfach optisch dargestellt wurde in der Originalserie. Aber dann bin ich der Meinung, sollte man es versuchen ganz wegzulassen. Natürlich ist es schön gewesen, Hey Bye da rumlaufen zu sehen. Und es ist auch super cool gewesen, da Wan-Chi Tong zu sehen. Aber halt, das Setting war einfach falsch. Warum konnten Katara und Zaka ihn nicht hören? Warum? Nur An konnte ihn hören. Sie haben ihn als Eule gehört. Die Frage ist, warum? Es weiß keiner. Es will keiner wissen. Wenn wir kurz über Avatar Roku reden. Sein Charakter wurde viel zu lustig gemacht. War nicht schlimm, aber viel zu lustig. Wir bekommen auch viel mehr Avatare körperlich zu sehen. Wir bekommen sogar auf Kiyoshi, also auf der Insel Avatar, Kiyoshi zu sehen. An verwandelt sich kurz in sie. Und das war super episch. Es war super geil. Es hat zwar nicht gepasst, Es war aber nicht schlecht. Das war zum Beispiel eine Veränderung, die ich super geil fand. Auch nachher gibt es kurz mal ein paar Gespräche mit Avatar Korok, den man ja in der Hauptserie, beziehungsweise Originalserie, kaum bis gar nicht sieht. Geschweige denn Reden hört. Und so haben wir hier mit die alten Avatare grob mal abgeklappert. Und ich fand es schön. Es war ein kleines Easter Egg, was nicht verkehrt war. Es gehörte zwar nicht so zur Original-Story, es war aber trotzdem cool. Aber wie gesagt, die komplette Geist der Welt-Szenerie hat sich falsch angefühlt. Es war einfach nicht richtig so zu sehen, wie es da war. Und es war einfach gefühlt gequetscht. Das gleiche mit Boomy und den nördlichen, westlichen, südlichen Luft, diese andere Lufttempel-Leute, hier mit Theo und seinem Vater. Auch das wurde zusammengepackt. Zusammengepresst in eine Story. Warum? Wieso? Das kann nicht passen. Klar, wahrscheinlich auch hier wieder Budgetfrage, noch einen Lufttempel zu designen und zu CGI'en. Haut nicht hin. Die Story ist ja trotzdem irgendwo gleich geblieben. Aber es hat sich nicht richtig angefühlt. Jet wurde dann auch noch kurz da reingeschmissen. Es war ganz komisch. Also irgendwie, es hat sich alles nicht so organisch angefühlt, weil es halt einfach komplett ab von der Vorlage war. Auch Boomy's Charakter. Ich hab mich so auf Boomy gefreut. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn quasi kaputt gemacht. Boomy's Charakter. Sowohl vom Schauspieler als auch vom optischen Design her als auch später vom Kampf als auch überhaupt von seiner Art. Boomy ist ein Arschloch gewesen. Er war arg, böse. Er war sauer, dass er verschwunden ist. Er war nachtragend. Holy shit, Boomy im Original war so froh, arg zu sehen. Er wollte ihm einfach nur Tests geben, um ihm zu zeigen, hier, du wirst als Avatar schwierige Entscheidungen haben. Er war nie böse oder aggressiv gegenüber Aang. Hier in der Adaption schon. Und ich weiß nicht, ob das einfach falsch aufgenommen wurde oder ob sie es einfach schlecht umgesetzt haben. Gleichzeitig zum nördlichen Lufttempel, Boomy und Jets auftritt, bekommen wir ja auch dann noch die Liebeshöhle. Und ja, da haben wir uns gewiss alle drauf gefreut. Die schöne Liebeshöhle. Angst, Verbindung zu Katara wird endlich größer und sie gestehen sich mehr oder weniger ihre Zuneigung zueinander. Ja, Pustekuchen, Soccer geht mit Katara da rein. Und die Liebe, die da am hellsten in der Dunkelheit erleuchtet oder strahlt oder was weiß ich, ist nicht die Liebe von zwei Liebenden. Nein, es ist die Liebe von Bruder und Schwester. Wenn man das Ganze ein bisschen weiter stricken wird, wird das hier kein kinderfreundliches Video mehr und es wäre auch einfach nur beschissen. Apropos beschissen. Wieso haben sie die Story von Omar Schuh geändert? Von den zwei Liebenden von Omar und Schuh. Wieso? Und das ist einer der Punkte, der mich richtig sauer gemacht hat. In dieser Geschichte, Originalgeschichte, geht es darum, dass ein Mann und eine Frau sich lieben, in zwei verschiedenen Dörfern wohnen, die aber verfeindet waren, sich dann treffen und dann stirbt der Mann im Krieg und die Frau macht einen Ausraster. Alle haben Angst vor ihr und dann sagt sie hier, Leute, und jetzt ist Frieden. Ich habe jetzt zu sagen, es ist Frieden. Wir bauen eine gemeinsame Stadt, diese nennen wir Omar Schuh, und Friede, Freude, Eierkuchen. Kurz zusammengefasst, wir haben hier eine normale, stinknormale Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau und dann ist die Frau sehr sauer und wird zu einer starken Persönlichkeit und bändigt und macht, zeigt allen, wie hier, ich bin krass. Und das Ganze mussten sie jetzt ändern. Worauf? Irgendwie, dass der Mann ausrastet und er der krasse Bändiger ist? Nö, auf einmal sind die beiden lesbisch und es ist halt auch nicht ein Mann und eine Frau, sondern eine Frau und eine Frau. Und Gleichberechtigung hin und her, Diversität hin und her, dieses kleine Detail zu ändern, ist unnötig und bereichert niemanden, niemanden. Wir haben doch schon eine starke Frau im Original gehabt. Diese Bändigerin war doch stark und hat für Frieden zwischen diesen Dörfern geherrscht mit ihren Bändigungskräften. Wo ist das Problem? Warum muss sich die Geschichte so ändern? Warum ist es auf einmal sind es zwei Frauen? Ich habe es nicht geblickt. Es ist nichts Wichtiges, aber ich habe es nicht geblickt. Gerade deswegen, weil es nichts Wichtiges ist. Ich rede mich da wahrscheinlich jetzt schon wieder viel zu sehr auf. Ich denke, viele können das verstehen, warum es so dumm gemacht wurde oder unnötig geändert wurde. Aber wie gesagt, das Schlimmste sowieso, Katara und Sokka im Tunnel. Die Beziehung von Aang und Katara ist sowieso nicht existent. Die beiden haben sich nicht einmal verliebt angeguckt. Es ist nicht ein Funken übergeflogen. Es ist einfach weird. Und das ist das, was ich gemeint habe mit, sie haben die Timeline und den Verlauf einfach an vielen Ecken komplett geändert. Eine Sache, die ich genauso beschissen fand, war das Agni Kai von Suku gegen Ozai. Im Originalen sehen wir Suku, wie er nicht gegen seinen Vater kämpfen will und deswegen eine Ohrfeige mit Feuer bekommt, nennen wir es mal. Hier bekommen wir einen Suku, der kämpft, der sich wehrt und dann die Strafe bekommt. Und das macht keinen Sinn, denn die Verbrennung in seinem Gesicht hat er nur bekommen, weil er nicht kämpfen wollte und somit seinen Ruf und auch den Ruf seines Vaters, also Ozai, beschmutzt hat. Hier sieht es so aus, als, also es hat keinen Sinn, dass er die Narbe hat. Die Narbe ist wirklich nur deswegen, weil er nicht kämpfen wollte. Der Kampf entsteht wegen dem Frechheitsgelaber in diesem Kriegs-Dingsbums. Aber die Narbe entsteht nur, weil er nicht kämpfen wollte. Hier kämpft er und bekommt trotzdem die Narbe. Kein Sinn. Auch wenn ich den Kampf cool fand, auch wenn der Schauspieler von Ozai, den Schauspieler, der, ich weiß leider gerade seinen Namen nicht mehr, der verfolgt mich mein Leben lang, fängt an mit Lost, Hawaii Five O, der ist überall der Typ. Der Typ ist so, also der sieht so krass gut aus, also perfekter Ozai-Schauspieler by the way. War cool, war aber einfach nicht Story-relevant und auch einfach nicht Story-getreu. Und manche Charaktere haben auch allgemein kaum Entwicklungen durchgemacht, wie im Originalen. Zum Beispiel Zuko ist in Staffel 1, also in Buch 1 der Originalserie, ist er einfach so verhasst und böse darauf und will den Avatar fangen und geht dafür über Leichen. Dann kommt die Entwicklung von ihm und er lässt nach, mit seiner Wut, mit seinem Hass lässt er langsam nach und dann kommt die Entwicklung und hier ist es gefühlt so, als wäre er die ganze Zeit schon unsicher, als wäre er die ganze Zeit schon so, ich will das gar nicht. Auch nach der Szene mit dem blauen Geist, wo er Argen da entführt beziehungsweise rettet und sie danach reden. Im Originalen greift Zuko ihn trotzdem an, auch wenn Argen sagt, hier wir hätten Freunde sein können und hier lachen sie und machen Späße und gehen dann doch getrennte Wege. Es macht alles wirklich keinen Sinn. Und zu den anfangs erwähnten, super passenden Charakteren haben wir jetzt auch einfach Charaktere, die schlecht sind, einfach vom Casting her oder auch einfach vom Charakterlichen her. Und vom Optischen her sind es einfach Azula, Tylee und Mai. Diese drei Charaktere sind so schlecht gecastet und ihre Kostüme sind einfach noch schlechter. Es wird einige geben, die jetzt sagen, ja, aber guck dir mal diese markanten, spitzen Gesichter an, die kann man nicht casten, ich weiß. Nichtsdestotrotz, man hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Es gibt Leute, es gibt Cosplayer, die sehen so gut ähnlich aus wie diese Schauspieler und wenn sie CGI gemacht, ja, CGI wäre scheiße gewesen, aber nein, diese drei machen keinen Sinn und wenn wir von Azula reden, Azulas Charakter macht auch Stand jetzt noch keinen Sinn, denn man hatte im Original immer das Gefühl, Ozai hat nur Azula geliebt und hier hat man langsam das Gefühl, Ozai hat Azula getriezt und gemobbt bis zum Gehtnichtmehr und war immer auf Sukos Seite und wollte ihm einfach nur stärker machen. Es hat irgendwie sich falsch angefühlt. Einige Leute haben sich auch beschwert, dass Azula kein blaues Feuer hat. Man sieht aber in einer Szene, dass sie langsam blaues Feuer bekommt. Außerdem in jungen Jahren hatte sie noch kein blaues Feuer, das ist auch nicht verfuckt. Und ganz schlimm fand ich dann am Ende die Blitzszene. Ja, es war cool, dass sie schon Blitze bändigen konnte, aber das sah so schlecht aus und es war so unspektakulär. Es war schwierig. Und ein Charakter, den ich auch leider sehr, sehr schlecht fand, nicht vom Casting her, sondern von der Umsetzung, war leider Onkel Iroh. Ein lustiger, tiefgründiger Charakter, der dir eine Message mitteilt und was haben sie hier gemacht? Er hat versucht, lustig zu sein. Es war echt sehr, sehr schlecht. Die Szene mit der Beerdigung von seinem Sohn Luten war schon cool. Leaves from the Wine war auch episch, als er es gespielt hat und auch die Verbindung von Zuko zu halt Iroh war schon gut dargestellt, aber Iros Charakter war nicht so, wie Iros Charakter sein soll. Fassen wir also mal ganz schnell zusammen. Was war anders? Sokka und Katara waren in der Liebeshöhle. Die komplette Timeline ist ein bisschen durcheinander geraten. Ozai und Azula waren hauptsächlich da, beziehungsweise hatten sehr viel Screamtime und sehr viel Charakterentwicklung und einfach sehr viel überhaupt optische Story. Es gab mehr Geisterwelt-Szenen. Ko und Wan-Chi-Tong waren schon cool. Die Geschichte rund um Ko und seine Mutter und irgendwie die Figur und wie er Katara und Zocker gefangen hält war so scheiße. Hätten sie einfach rauslassen können. Angstentwicklung? Komplett andere. Komplett andere Entwicklungen und einfach eine schlechte Entwicklung, genau wie Sukos Entwicklung. Allgemein, die Entwicklungen von manchen Charakteren waren einfach beschissen. Und es gibt sehr viele Szenen, wo wir schon Buch 2 Anspielungen in Buch 1 bekommen haben, mal mehr, mal weniger. Es sind einfach viel zu viele Durcheinanders von Timelines gewesen und es war einfach, es hat sich nicht richtig angefühlt. Und was ich mit am schlimmsten fand, war, dass Aang über den Tod der Luftnomaden nicht selbst herausgefunden hat, indem er da war und gesehen hat, wie Mönch Yatsu da liegt. Nein, er kriegt es durch Gran Gran erzählt, die dann halt den Monolog von Avatar, also Prolog von Avatar, es war weird. Aang musste diesen Rage von sich aus haben. Warum hat er geraged? Er wusste doch, dass alle tot sind. Warum? Es hat keinen Sinn gemacht. Egal. Und kommen wir jetzt zum letzten Punkt und das ist der große, dicke, fette Punkt. Warum denn schon wieder so? Ich sag mal so, es gibt viele Veränderungen, die logisch sind, die wahrscheinlich Kostensache sind, die vielleicht auch sinnvoll sind. Manche Sachen, die mehr gezeigt wurden, manche Sachen, die rausgelassen wurden, weil sie vielleicht irrelevant sind. Aber manche Änderungen waren einfach dumm und man hat sie nicht gebraucht. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube sogar, dass Yui das Wasser bändigen konnte. Wieso? Das ist falsch. Das sollte sie nicht können. Ja, sie werden wahrscheinlich sehr viele Kosten gespart haben, deswegen nicht alle möglichen, riesigen Sachen ge-cgi'd haben und es ist auch irgendwo verständlich, vielleicht hatten sie erst mal für die erste Staffel nur ein kleines Budget. Vollkommen okay. Dass aber dann auf der anderen Seite wieder sehr viele Charaktere woke gewasht wurden, wie zum Beispiel Sokka, wie zum Beispiel Omashu, also die Liebestunnel-Geschichte. Das war einfach wieder unnötig. Es hat keiner gebraucht, es hätte sich nichts verändert, wenn Sokka weiterhin dieser Sexist gewesen wäre, der sich ja geändert hätte zum Positiven. Er ist ja nachher wesentlich erwachsener geworden. Das wäre doch das, was man will. Man will doch einfach sagen, okay, er hat gemerkt, okay, ich liege hier falsch, ich muss das ändern. Und hier hätten wir wieder das gleiche Problem, wie man vielleicht bei One Piece auch schon sieht oder überhaupt bei allen Realverfilmungen. Alleinstehend wäre die Serie wirklich gut gewesen, aber als Adaption ist es so hit or miss. Es ist 50-50. Ist es mal gut, mal schlecht? Finde ich persönlich leider mehr schlecht als gut, aber das Gute ist an manchen Ecken auch schon wieder sehr überwiegend. Für Fans von der Originalserie ist das hier einfach wirklich 50-50. Entweder du liebst es, weil es halt einfach deine Lieblingsserie ist in gut umgesetzt oder halbwegs gut umgesetzt oder du hast es, weil sie einfach viele Sachen komplett kaputt geschrieben haben. Ich gebe dieser Serie 6 bis 7 von 10 Punkten, weil manche Sachen wirklich gut waren und im Vergleich zum 2010er Film sowieso. Ich bin gespannt auf Buch 2 und Buch 3, also Staffel 2 und 3. Da können sie sehr viel retten, vielleicht mit mehr Budget, aber Stand jetzt würde ich sagen, ihr hättet es nicht machen müssen. Es wäre kein großer Verlust gewesen zu sagen, jetzt gibt es keine Realverfilmung mehr. Es war sehr schwer, es war anstrengend und, naja, ziemlich kritisch, sage ich mal. Und jetzt seid ihr gefragt, habt ihr die Serie gesehen, sowohl das Original als auch jetzt die Realverfilmung oder die Realadaption als Serie und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht oder würdet ihr sagen, es war grundlegend scheiße oder grundlegend gut? Ich würde es gerne wissen. Falls euch jetzt meine Meinung zur relativ frisch erschienenen Serie Hasbin Hotel interessiert, checkt gerne dieses Video aus und falls euch meine Meinung zum Film Leave the World Behind interessiert, dann checkt dieses Video aus. Wenn diese Videos euch gefallen, dann lasst gerne ein Abo da. Ich will das Video jetzt nicht länger strecken, als es wahrscheinlich schon ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann, selbstverständlich, auf derselben eigenen Couch. Bis dahin, bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao. Ciao.